Mögen Sie Kirschen? Mein erster Mann ist nicht zurückgekommen aus dem Krieg. Sein Bruder hat mich geheiratet. So ist das bei uns. Man heiratet aus Pflichtgefühl. Vielleicht war es auch Mitleid. Liebe war es ganz bestimmt nicht. Mit ihm konnte ich Palästina fersen. Dann hat er sich in eine Deutsche verliebt. Aber ich hatte keine Angst. Ich hatte ja meine Tochter Mitra. Wie alt ist Mitra jetzt? 20. Sie studiert. Vor sechs Monaten ist sie ausgezogen. Einfach so. Ich war damals so beschäftigt mit mir selbst. Ich war endlich wieder verliebt. Ich hab bei ihm geputzt. Zuerst waren es verstohlene Blicke. Eines Tages ist er absichtlich zu Hause geblieben, um mich beim Putzen zu beobachten. Irgendwann hat er mich geküsst. Es war wunderschön. Aber diesmal hatte ich Angst, dass es irgendwann zu Ende geht. Ich weiß nicht, dass es immer wiederholt ist. Wissen Sie, was meine größte Angst ist? Dass sich dann alles auflöst. Dass ich eine Grenze überschreite. Ich würde alles tun aus Liebe. Alles. Ich auch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ohne Sie ist. Ich würde alles tun aus Liebe. Alles. Tänzchen. Schläfchen. Schade, dass wir keine Kinder haben. Bei dir ist es auch bald soweit, oder? Bei mir ist noch eine Woche. Aber ich habe das Gefühl, der kleine Racker kann es kaum abwarten. Hast du keine Freunde? Sie müssen ihn töten. Jetzt! Jetzt! Warum hast du eigentlich nicht abgetrieben? Du sagst mir nicht, was ich tun soll! Doch! Du musst ja mal alles besser! Ja, ich weiß alles besser! Das ist doch ein Quatsch! Warte! Was für ein Tag ist heute! Warte! Das ist wohl jetzt Unit! Und das ist auch